Servite Spectatores und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herr der Ringe Krieg im Norden. Wir sind genau hier stehen geblieben. War doch hier, ne? Ja, es war genau hier. Oh, Loot. Ah, da sind zwei Menschen. Da sind zwei Menschen. Wer helfen die? Hä? Achso, es waren Orks. Es waren keine Menschen. Scheiß drauf. Okay, dann hätten die ja ruhig sterben können. Ja, die sterben eh, laut Stripped. Das Spiel will immer, dass die sofort sterben. Weil ich hätte die eigentlich perfekt jetzt geholfen. Und wir sind dann einfach umgekippt. Haben ein... Zu deiner Altersschwäche gestorben. Herzepack. Ja. Fühne, was machst du? Ich bin so'n kleiner Ronald Weasley. Der Herr der Ringe. Was? Die Spinne ist grad ausgerastet. Holy shit, Spinne! Ist gut! Ja, guck dir mal meine Versammlung da an. Achso, sie ist tot. Ich raste voll auf ne tote Spinne aus. Haha. Nein, Spinne. Alter. Ich bin echt tot. Stop it! Ah! Please, get some help. Ich brauche eine Heilung! Kein feindliches Geschoss kann diesen Schuss. Ja, das kommt ein bisschen zu spät. Ich bin echt schon fast tot. Ich war auch schon fast tot. Was? 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 Ich... Ich... Fog ein Skateboard oder so. Was grad passiert ist. So, ja, Leute. Diese Szene, die haben wir ja schon im letzten Part gesehen. Aber... Ja... Diesmal darf Dominik mitmachen. das ist toll was machst du da mal? Du bist das Kleinfisch Ich will meine Kombo aufhalten Hallo Danke Eine 14er Kombo Na komm Alter, jetzt lernst du mal einen Duda-Laden kennen Ich will auch mal angreifen, hallo, lass mich doch mal dahin So Easy Das hat sich jetzt schon gefallen Hier gibt's auch noch was zum Plündern Hier gibt's noch mal Heilung Ja, wir waren schon Wenn dich gezogen wurde, hab ich zuerst geplündert So Dann skil ich weiterhin auf den Einhändigen Jetzt wichtig ist, dass ich mit denen am meisten Schaden mache Jetzt laden wir einen Ballhäufer kennen Äh, ja, das sind einige Das ist wirklich Das ist wirklich, uhuhu Geht hier in Deckung Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen Danke, das ist nur von den Pfeilen sein So So Habe ich gerade die Spinne weggeboxt? Das ist weg Holy Shit Wo ist die Spinne da? Hä? Die Spinne leckt rum Dominik? Ne Ja Du solltest weniger sorglos mit deinem Leben umgehen So Heizwerk Oh Da ist die ganze Action verpasst Maaaa Haaa Na ja, guck mal Der macht einen geilen Nudr Sahne Na Was Was? HÄÄÄÄ? Du bist die ganze Zeit auf der Stelle gelaufen. Achso, du hast einen Raum geschlossen? Nein! Warum soll ich den Raum schließen, wenn wir aufnehmen? Ja, weil... Okay. Wieso auch immer? Warum hat Farin wieder den Toilettenkopf auf? Okay, wir haben einen Speicherpunkt. Schon mal gut zu wissen. Ich würde ja gerne mal die Sachen einsammeln, damit ich das Spiel lassen würde. Was? Ah. Ich komme sofort, ich komme sofort, ich komme sofort, ich beeile mich. Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Das muss warten. Ja, komm. Okay, jetzt habe ich alles. Ich komme! Okay. So, hier ist auch noch was. Warte, ich habe was übersehen. Ja, ich habe die Schöne, das ist ja mal auf dem Weg. Ich hoffe, ich hoffe. Ach du Scheiße, jetzt brauchen wir wirklich einen Helfer. Na, Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Oh. Na, haaa. Also es sah lustig aus. Ich bin schon im Wasser, Wasser und Plansche. Es sah ziemlich lustig aus. Ah! Fucking hell, ich muss schon wieder meine Fähigkeiten bestätigen. Ich wollte dich schon angreifen. Fuck! Sehr gemein. Ja, komm mal, komm, halt die Fresse. Holy shit! Jetzt ist ein Kopf kürzer, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh nein, der Kopf! Das ist auch gleich dauernd. Oh, da kommen noch welche. Aua. Hmmmm. 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 Gegen dieses Licht kannst du nicht bestellen. Oh, Farin ist gefallen. Wir haben noch Feinde zu besiegen. Ähm. Es kann immer mal was passieren. Ja, schon wieder? Alter, Farin. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Ich möchte dir das Spiel verlassen, um zu überhaupt in den zurückkehren. Vor allem, Farin stirbt hier öfters, als das Euerlauf in dieser Saison schon verloren hat. Was ist nicht einmal drin? Holy shit! Ach du Scheiße! Alter! Ja, äh... Geht ja auch schlecht, wenn ich nicht nur ans Reinländer spiele. Das Movement ist wichtig, das Movement ist wichtig! Alter! Ich hab den Typen allein durch mein Movement gekillt. Warum kann der noch rumschießen? Wenn ich dich betäube, dann darfst du auch nicht mehr schießen. Ist unfair. Danke. So, wenn ich jetzt einen Speicherpunkt bekommen würde, das wäre dann richtig toll. Wäre supi. Ah. Äh... Hier ist ein Speicherpunkt gut. Okay. Äh, ja. Wieder eine kurze Folge, aber geht leider nicht anders. Ja, ich würde dann dabei sein. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bei. Herr der Ringe. Krieg im Norden. Schaut euch mal rein. Sag tschüss. Tschüss!